Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Final Fantasy 1 oder auch Dawn of Souls. Wir haben jetzt das Luftschiff ergattert, sind ein bisschen rumgecruised und haben uns die Gegend angeschaut. Wir können jetzt überall hinfliegen, yay! Allerdings wissen wir natürlich wieder nicht, wohin wir müssen und ich habe nachgeguckt, tut mir leider leid. Aber es geht nicht anders. Wir müssen jetzt nämlich zum Garlanschloss. Ich komme jetzt am besten hin. Dinger füllen wir mal nach rechts. Und da ist was. Ach! Da ist eine Stadt. Garlanschloss, Garlanschloss. Irgendwo muss hier noch Garlanschloss sein. Hier. Hier wie der Weisen. Haben wir schon mal? Ähm. Okay. Anscheinend waren wir schon mal. Ich weiß nicht wieso. Was ist das hier? Das ist nicht Garlanschloss. Das ist das Schloss, wo Astos war. Da ist die Terra-Höhle. Das ist die Elfenstadt. Und dann hier? Gut, jetzt ist hier in der Nähe irgendwo Garlanschloss. Da ist Garlanschloss. So. Dann. Äh. Ja, hier ist das meiste Schloss. Was ist denn die Höhle? Drachen, wie der? Ist der ein Gegner? Haben wir schon mal? Was ist denn los? Was ist denn los? Ähm. Oh, mein Herr Schrocken und Wilhelm sagt, müsste sein, wenn ihr das Paläste Probe-Leben wieder verlassen wollt. Okay. Ich weiß nicht, was das mit diesem Drachen auf sich hat. Aber ich dauere mal ab. Das sind keine Gegner. Ich habe mich einkästen lassen vom Scheiß. X-Potion. BTF. Weg. Weg mit dir. Geile Scheiße. Noch ein Drache. Ein Drache. Aha. Einer in sie. Würm. Dein Gegner. Barretesaurus, oh Mann. Also kommen jetzt die ganzen Dinosaurier. Okay. Können die nirgendwo landen? Nein, kommen wir dann. Nee. Fies, die können ja nirgendwo landen. Das ist echt gar nichts. Ah. Nichts. Das ist wirklich cool. Gegner 480. Wissen, Barret. Der hat ne hohe Verteidigung, ey. Hammer. Na ja, gehen wir nochmal weiter. Hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Zwei sogar von der Sorte. Oh, die können austeilen, ey. Leckt mich am Arsch. Einstecken und austeilen. 300. Die vertragen 300 fast. Das biete ich jetzt durch, weil... Das kann nicht sein, ey. Da kann man wie viel die vertragen. Wenn wir gehen, dann krieg ich noch so ganz wenig. Oh man, oh man. So. Wer Tiger und Säbelzahn? Das. Das soll die Säbelzahn Tiger sein. Das geht nicht. Wer ist weg. Halt er aus. Was hält er denn aus? So, und Säbelzahn Tiger. So. Geschafft. Und weiter runter. Der Fluss war, glaube ich, auch... Ne Hydra. Sehr gut, ey. Haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Und bye bye. Da ist der Schloss. Hast du es geschafft. Ein Zwergtiger. Gucken, was gegen euch hilft. Einfach mal Eisra. Ge-Bam's. Das reicht schon. Naja, also ganz schwache Gegner. Und da ist er Schluss. Palais der Probe. So, so. Ihr seid alles im Besitz der Krone. Wir wollten nur euren Mut unter Beweis stellen. Wenn das euer Wunsch ist, nehmt Platz auf dem Thron, der euch weiterhin im Palais frühen wird. Den Beweis eurem Mut, es gilt es zu finden, mögen die Götter euch gnädig sein. Und da ist er noch ein paar Jahre alt. Ist hier noch irgendwas, oder? Das ist der Thron wahrscheinlich. Ist hier nix? Ist hier nix? Ist das gar nix, oder? Was ist das denn für eine Scheiße? Palais der Proben. Hä? Da ist ein Teleporter. Hier ist ein Teleporter. Äh, ich hasse sowas. Was ist denn jetzt? Was ist denn am Anfang? Also, wenn wir den Falschen nehmen, kann man wieder zurück zum Anfang. Der untere, ne? Da ist auch nur einer. Hä? Ich bin voll verwirrt. Unterer? Sind wir wieder woanders? Medusa? Die können uns versteinern. Die Leute hilft nur ein Blitzker. Einstecken können sie auch nicht. Stein, ne? Weiii, Heilung! Naja. Jetzt brauche ich Blitzker, komm schon. Jawoll! Okay. Geh mal hier rein. Geh mal hier rein. Meine Truhe. Rakschhasa. Rakschhasa. Oh Mann, oh Mann. Oh, Brutus ist ja schon langsam. Weii. Machen wir mal beben. BAMS! Was ist gemacht? Was ist gemacht? Wir sind voll geschwächt. Wir sind voll geschwächt. Ja. Jetzt auch noch dunkel. Oh Mann, ist gerade voll fertig. Alter! Vielleicht hilft das ja. Ja, Luft. Oh, dann muss ich jetzt aufhören. BAMS! Jawoll! Tronkohle! Alter! Die mit euch hört das Eisrammsteig. Das Feuer! Da gäbe ich jetzt zu Glas! Ach, keine Gegner. Jack-Jet auf! Gauntlet! Was ist das denn? Benutzen, um Blitzer rauszuführen. Ist der das oder was? Hä? Mitte 11 Ritter, Rotmargus und Ninja Ich hab doch hier Ninja oder nicht? Ich verstehe gar nichts mehr ich bin das Gegner-Portformen das ist ein Gegner-Portform so oh ich stehe da auch nicht ähm wieder eine Droga ja, los schauen wir mal das bringt nichts, okay ich stehe da auch ich stehe da auch yes mal pauschen gut gut das ist toll, der bringt uns nirgendwo hin ups, ich hab mir ver... ne, das war der richtige yes oder nicht scheiße toll voll die verarsche nochmal ein Gegner ne scheiße minotaurus-zombie ach du scheiße das sieht aber wenigstens ein bisschen gefährlicher aus die 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 feuer ab zombie diesen und ist doof, ey ne warte 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 dämon das hilft nicht das wird ich einfach mal weg Königsmumie Und gegen euch gibt's noch ein Feuer Ja, keine Gegner Bäm, ist weg Zweiter Stock Fällen raus Was sind für Gegner kommen auf einmal Schnaufen Schnaufen Schnaufe dich auch gleich mal, ey Nicht wirkt das Heiler-Stab Aber weitaus schwächer Was bringt der? Dann würdest du mal Heilen ausführen Heilen raus Ja, klar Dann würd ich sagen, wende ich Party an dieser Stelle Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder Bis dann und ciao Wow